In einem weit entfernten Land, da lebten zwei Brüder. Der eine mutig und tapfer, der andere eher weniger. Courtney, mach Fratzen, ich schlaf gleich ein. Nein, nicht die Jokerfresse. Du weißt, dass ich vor der Jokerfresse Angst habe. Lesa, jetzt gibts auf die Schnauze. Ich schnapp mir jetzt eine schöne Jungfrau, die genauso aussieht wie... Sie. Und wie genau willst du das anstellen? Mit Magie. Motherfucker. Begleite deinen Bruder auf diese Reise, um seine Braut zu retten. Sonst fliegst du mit einem Arschtritt aus dem Königreich raus. Scheiße. Möge die Suche beginnen. Vom Regisseur von Ananas Express. Bruder, ich glaub, die Rüstung kannst du wegschmeißen. Ich würde sagen, du reist so, wie du willst und ich reise so, wie ich will. Geht los. Oh. Diese Reise ist zum Kotzen. Was mach ich hier eigentlich? Ich werd bei der Suche vermutlich krepieren. Courtney, geht auf jeden Fall drauf. Wenn wir uns zusammentun, können wir Lisa ein für alle Mal kalt machen. Angenommen, wir kommen zu spät. Und Lisa hat schon an ihr rumgeknabbert. Würdest du sie immer noch wollen? Das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich weiß. Aber was ist, wenn er sie in den Arsch gefickt hat? Willst du sie da noch? Halt die Klappe. Im Frühling. Mit welchem Recht gaffst du ne alte Imtanga an? Ich behalte sie nur im Auge. Schatze, sieh schon her. Nicht bewegen. Halt, steh. Wie willst du mich dazu bringen, dich zu lieben? Wenn deine Vagina nur halb so gut ist wie meine Hand, sehe ich keine Probleme. Macht euch bereit. Schieß! Für ihre Exzellenzen. Wir passen auf dich auf wie zwei Mütter ohne Brüste. Und mit unseren dicken Muckis beschützen wir dich. Oh, wirklich? Oh, wirklich. Krasse Braut. Was soll denn die Scheiße? Oh, Scheiße! Du musst das Gift aussaugen. Ich will das nicht aussaugen, sag du. Ich kann nicht mein eigenes Gift aussaugen. Doch, ich helfe dir. Jetzt saug, saug dir dein Gift aus. Ich komme mit dem Mund nicht ran. Hoppe, saug ihm das Gift aus. Ich kann ja nicht saugen. Saug jetzt. Geil. Seid ihr Pussis so weit? Logo. 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 Endlich allein. Schlack ja die Schlack. Thaddeus? Ja? Ich kann einfach nicht aufhören, an dich zu denken. Was für ein Zufall. Ich wollte meine Gedanken an dich gerade zu Ende bringen. Your Highness. Zieht euch das Kraut hier richtig rein. Dann habt ihr die gleiche Vision wie ich. Thaddeus, siehst du dasselbe wie ich? Hey, du machst dich zum Vollhorst. Komm mal klar auf den Scheiß, Fabius. Bitte. Dsch�chchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchschchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch